Hallo again, hier spricht Hautkarpentheer. Ich freue mich auf mein Sommer-Opener in Bayern, genauer gesagt in Altersfried. Am 24. August startet endlich das Sommerfestival in Altersfried. Unter freiem Himmel bringen wir die Freilichtbühne zum Beben. Und das ist nicht irgendeine Bühne, die wir da spielen, sondern es ist eine der schönsten Bühnen, die man in Europa überhaupt besuchen kann, auch als Künstler spielen kann. Freut euch darauf, es wird ein tierischer Abend. Das wird es ganz sicher. Und bestimmt ist auch für jeden Geschmack etwas dabei. Welche Künstlerinnen und Künstler heizen da Freilichtbühne denn ein? Ich freue mich auf so wunderbare Kolleginnen und Kollegen wie Santiano, Hautkarpendale, Martina Schwarzmann, Hubert von Gäusern, Melissa Naschenwing, Revolverheld und natürlich auch auf Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten und die ABBA Mania Show. Wow, das klingt jetzt mal wirklich nach einem vielfältigen Programm. Und auf jeden Fall nach einem perfekten Sommerabend. Wenn ihr wissen wollt, wer noch alles dabei ist, dann schaut auf die Homepage www.soberfestival-altersried.de Bis dann!